Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Heute bin ich alleine unterwegs, schnief, schnief, mit der guten Eukalypta, weil wir machen unsere Fraktions-Quest, da nehmen wir erstmal unseren XP dringend hier und wir sind in London unterwegs und müssen hier die Drogistin auf der Schattenseite finden. Es ist übrigens Halloween-Event in The Secret World, da gibt es jede Menge Quests, zum Beispiel hier unten haben wir schon ein paar Anrufe deswegen, die zeige ich euch aber nicht jetzt, sondern später, wenn der Lesrak oder die Terra wieder dabei sind, denn da traue ich mich nicht alleine. Ja, so hier gibt es die Schattenseite von London, wo ist jetzt diese komische Drogistin? Mh, vielleicht hier unten irgendwo? Das ist so eine Zivilistin, hier gibt es Waffen. Eigentlich müsste die ja hier irgendwo auf diesem bei den ganzen Verkäufern hier sein. Die Quator. Da ist eine Drogist. Ah, das ist der. Okay. Okay, wenn man näher dran geht, ist es auch eine Drogistin. So, die Chimäre mitnehmen. Nehmen wir mal mit. Ich kenne diese Quest noch überhaupt nicht. Ist doch eine Sabotage-Quest. Das ist immer so, äh, das kann ich nicht so gut. Äh, Mieträume treten. Okay, was auch einmal das ist. Ups. Jetzt gehen wir nach oben. Ich habe übrigens auch, es gibt zu diesem Halloween-Event richtig coole Sachen. So, äh, Outfits. Ein paar davon habe ich mir mit Eukalypte schon angelegt. Zum Beispiel eine neue Kette. Oder hier die Handschuhe mit Krallen dran. Ganz witzig. So, hier geht's rein. So, du Instanz. Müssen wir gleich nochmal das Deck angucken. Ob das denn so okay ist. Schauen wir uns das doch dann direkt nochmal an. So, was haben wir denn hier? Verstärker, alles klar. So, ein bisschen Einzelzielangriff. Das ist der Standardangriff, den wir haben. Und ein bisschen ein Rauschangriff für mehrere Gegner. Und Animal Salve. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja, das macht alles mehr Schaden. Okay. Mhm. Ich glaube, das... Wozu brauchen wir den Bloodsport? Nur für die eiserne Jungfrau momentan. Hm. Eigentlich lieber die Zirkulation auch wieder mit reinbringen. Die heilt 26. Der heilt 29. Okay. Der allerdings nur bei Salven und die Zirkulation immer, wenn wir ein... Ziel mit Befallen treffen. Und 10 Sekunden und 4 Sekunden. Das heißt, wir nehmen lieber die Zirkulation. Mh... Mit rein. Okay. Die Templer sind bereit. Ein Angriffsteam soll das Artefakt wieder beschaffen und in die Templerhalle zurückbringen. Bremsen Sie es. Die Templer kämpfen mit ihrer automatisierten Verteidigung. Beenden Sie das. Richten Sie die Geschütze durch Zugriff auf den Datenstrom gegen die Templer. Okay, da waren schon Templer. Da laufen sie auch schon. Zukunft auf den Datenstrom. Geschütze sabotieren. Wer bist du denn? Ach, du willst mich angreifen? Illuminaten wollen mich angreifen. Nein. Oh nein. Ich mag mal hier ein bisschen Zeug hier geben. Ein bisschen Aua. Ich heil mich und du nicht. Vielleicht muss ich hier vorne doch in den... Da kommen noch welche. Guck mal hier. Ah, hier kann man auf den Datenstrom zugreifen. Alles klar. Und... Jetzt machen wir langsam. Das sind mehr Schaden. Nein. Das sind mehr Schaden. Das sind mehr Schaden. die Reihe sind mehr Schaden. Genau. Das ist das. Oh, die Lanzer wird jetzt ein bisschen frittisch hier. Hallo. Okay, jetzt können wir hier drauf zugreifen. Die Geschützsteuerung. Okay. Korzena Mors finden. Das ist bestimmt irgendwo ein Bruder, da ist wieder einer. Was machen die ganzen Illuminaten hier? Hört mal, was ist denn der Kelle hier? Na, komm. Noch einer. Okay, kein Zuhause. So. Ruhe im Karton. Ich glaube, ich nehme mal diese eine Kraft hier lieber rein, wo ich zurückstürme. Hier den taktischen Rückzug. Äh, sonst sieht das doch eigentlich ganz gut aus hier. 10% erhöht. Hm. Schon wieder, ey, Leute. Das ist wichtig, Ruhe. Ich kann doch hier nur zum Urlaub machen. Noch einer. Und die Feuer. Aber hier gibt es hier ein bisschen Loot. So, hier sind die Geschütze. Auch schön außer Gefecht. Okay. Alle Simulationen sagen, jetzt ist der Moment zum Handeln. Umgehen Sie den Kampf und ersetzen Sie das Artefakt durch die Chimäre. Umgehen Sie den Kampf. Okay. Aber wo ist denn das Artefakt? Das ist das große Problem, ja? Hier hoch. Hier scheint es sein, ein Artefakt zu sein, ja? Einmal durch die Chimäre ersetzen. Unsere Theoretiker sind zufrieden. Das System reagiert sehr gut auf Ihre Interaktionen. Alles ist an seinem Platz. Kehren Sie nach Seoul zurück und bringen Sie das Artefakt den Drachen. Alles klar. Nicht hin. Hoffentlich zumindest. Passiert doch bestimmt noch irgendwas. Ja, hier, guck mal, hier sind meine Kollegen wieder. Er scheint aber irgendwie nicht auf mich fixiert zu sein. Ab nach London. Wir wollen ja schließlich in unserem Rang bei den Drachen ein bisschen aufsteigen. So. Dann gehen wir mal hier wieder nach oben. So. Wie wüssten du? Ab nach Agatha. Eiei, 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 eiei. Was sind denn hier wieder für ein Mendelsunterwegs? Was sind ja? Was ist denn hier für ein Hund und einvielderer? Was ist denn hier für ein Hund? Ja. Und ich will. Und dann kam es klar zu sein. Also kam es so. Ja, ich weiß, was ich bei euch. Ich will jetzt nicht. Ja, ich will. Ja. Und ich will. Ja. Keine. Ich will. Ja. Dach. Und ich will. Ich will. Ich will. Du. ladebildschirm auf du so jener garter ist momentan immer viel los man sich in den pulk rein stellt soll man ja wenn dann jemand kommt und hier so eine komische tüte aufmacht hab das spiel mal neben der arbeit laufen lassen gestern und nichts gemacht in dem spiel außer da zu stehen und mich so alle 20 minuten einmal kurz vor und zurück zu bewegen ich habe innerhalb von fünf stunden nichts bekommen so weit falls ihr das mal ausprobieren wollt dann vor und zurück bewegen nur weil sonst automatisch ausgelockt wirst weil ja nichts tust so müssen das zum hotel bringen ich bin immer ich trau dem braten immer noch nicht so ganz das kann doch nicht so einfach sein hier oder die falsche richtung unterwegs okay es war doch so einfach strange so wir gucken was es hier so zu kaufen gibt gelüfen werkzeugsatz hier sind unsere händler für die hier sind unsere händler für das 2 hier gut dann würde ich sagen haben wir das auch noch mal angeguckt und ja ihr hattet hoffentlich ein bisschen spaß hier bei dieser einzelaktion bis zum nächsten mal würde ich sagen have fun euer koali tschüss ja 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 Bis zum nächsten Mal.